willkommen zu einem weiteren video jetzt ein haus mit ungefähr 400 quadratmeter grundstück etwas über 400 es gibt hier einen zitronenbaum und der andere baum ist kein obst hat kein kein obst das haus ist ungefähr drei jahre alt wurde noch nicht bewohnt und die leute haben so gedacht dass man hier draußen so wie eine waschküche hat aber es hat keine küche also man hat mir erklärt küche gibt es im wohnzimmer zusammen also das haus wurde nicht gewohnt und bewohnt und hier würde man küche und wohnzimmer zusammen haben also das dach würde ich halt schon noch mal machen also das ist ziemlich neu aber wegen der kälte wenn es kalt wird wird es nicht so gut sein aber sonst ist es ziemlich neu das ist hier badezimmer hier ist die dusche und ist ziemlich billig gemacht wie man sieht und hier ist dann ein großes schlafzimmer man sieht etwas feuchtigkeit da man müsste also die sagen dass man das ist in ordnung bringen also sie haben es einfach gebaut und nicht verkauft aber der boden ist sehr gut und sonne hat man es auch und das ist der hof und das ganze für 19.000 euro grund haus mit grundstück also das ist umzäunt wie man sieht neues haus klein und hier könnte man dann die küche machen man kann eine wand davor ziehen und dann hat man es die küche hier auch und wer mehr darüber wissen will der kann mir einen kommentar schreiben oder einfach zu meiner telegram nummer schreiben die man in der beschreibung des videos finden kann und alles andere besprechen wir dann alles gute und ich werde mit weiteren videos mit immobilien mit günstigen immobilien kommen